Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Astelia. Aber ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal voll in die Spielwelt ein und reden einfach mal mit Sella. Faye, Kaste, es ist gut zu sehen, dich in einem Stück. Ich weiß, es ist verwirklich, aber es ist kein Zeitpunkt, um es zu erklären. Bitte, hör mal an mir. Wir sind in Wig-Friend-Harbor, mehr als halb ein Tag aus Silhouette-Island. Aber es sieht aus, dass die Dämonen die Leute hierher kommen würden. Schau mal an die Messe. Ist das ein Giant auf der Bühne? Ist das ein Giant auf der Bühne? Sie bringen einen Centurion? Ja, weil Eurya gefunden hat die Astelien, die sie für sie ist. Sie ist inspiriert, du kennst, mehr als du denkst. Ich werde die Abbey mit Faye retweiten. Find Guardian Aiden and do his bidding. We can't defeat... Def... 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 Defend Faye is... If this place falls. So, ja, ja, natürlich akzeptieren wir das. Schade, dass das noch auf Englisch ist. Sprich mit Aiden. Da vorne ist Aiden. You probably saw her power back in Solodius. We have to believe in Sela right now. Das tun wir doch natürlich. Hula hoopt die da gerade? Hat die nichts anderes zu tun? Schlimm. Okay. Guardian Meister... What's the situation? Situation. The Demons are attacking. Buy us sometime, please. We need to reinforce our defensive position. Okay. 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 Man sieht schon auf der... Man sieht schon auf der Karte, was wir zu tun haben. Die Dinger leuchten auch. Äh, blau. Fireball. Fireball. Okay, das sind die, die wir machen sollen, ne? Ja. Maske. Achso, Katzermaske. Okay, 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 okay. Also. Wie kann man denn hier mit... Casting das da? Okay, dauert ein bisschen länger. Ich muss erstmal ein bisschen gucken, ne? Hallo. Warte mal, war da... Da der ja schon gleich in der Nähe ist. Hier können wir auf jeden Fall ein bisschen leveln. Warte mal. Achso, F3 ist das hier. Ja, genau. F3. Ja, Entschuldigung. Äh, 3 ist das hier. Wir gehen natürlich auf Feuer, weil Dämonen sind sehr anfällig für Feuer. So, wir haben alles. Ich will aber trotzdem noch ein bisschen weiter. Okay, ich darf nicht. Ich möchte gerne noch ein bisschen weiter. Ich darf aber ja nicht weitermachen. Warum leuchten die immer alle so komisch? Ich möchte auch komisch leuchten. Okay, wir haben... Speak with Aiden. Wir haben drei Viecher getötet. Das langt scheinbar, um hier die Welle aufzuhalten und den Zeit zu erkaufen. Great job, Aestelian. We were able to hold the line. Thank you. Weil ich drei getötet hab. But everything will be in vain if we can't stop the Centurion. But everything will be... Achso. Ah, hier. Ich hab eine Wand bekommen und Fragmente. Geld und EXP, äh, complete. Level up. Things looking grim, but... Cannons may be effective against the... äh, Centuron. Fire a cannon at the Centuron and report to Turand. And he will instruct you in your next move. Äh, alles klar. Wir müssen den Centurion stoppen, das letztendlich versuchen, die Kanonen hinter dir zu benutzen. Jetzt will ich erstmal einen neuen Stab ausrüsten, weil, äh, besser. Geh ich mal von aus, also. Kanonen, Kanonen. Achso, ach, das sind Kanonen. Kanonen, Kügelchen. Was ist das hier eigentlich? Achso, das ist ein, 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 ein Gedingse. Die. Peng. Aber im Endeffekt... Ist das immer noch ein riesiger Dämon? Wir können doch nicht mit Kanonen auf einen riesigen Dämon schießen. So, Blindgarden, Ardian. Ich weiß nicht, wann der Blind ist, aber... Tchuuu, hallo. Turand. Anche... Ich muss mal bei mir ein bisschen lauter machen. Unenchanted Cannonballs are uneffected against the Centurion. Wir haben das auch confirmiert. Ich sende Miru... Mirus... M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Technik. So, wir kämpfen natürlich auch, ne? Okay, ich muss es angewöhnen, F zu drücken oder so. Wir sollen hier irgendwo noch ein Obermacker finden. Aber wir helfen da erstmal. Lass mich hier Ruhe. Geplunse. Kann wir einfach mit rechts klicken? Ja, okay. Wir müssen uns jedes Mal anklicken. Ich brauche ein Tier. So ein Tier, was uns alles aufsammelt. Find Scout, wie you, so ein Gets haben. Intel to the... Okay, wir sollen aber eher den Scout finden als alles andere hier gerade. Der soll irgendwo am Strand sein. Okay, Rota hat sich erstmal voll eingemischt. Kriegen wir dafür EXP? Ich gucke mal ganz kurz. Ja, wir kriegen ein bisschen EXP. Das ist gut. Okay, ich denke mal Asper ist das Geld. Wo ist denn der Typ? Der ist eigentlich auf Karte. Sieht man den? Da, glaube ich, ist er, oder? Nee. Das ist nur die Markierung, dass das der Strand ist. Hallo? Brauchen wir Hilfe? Ich bin ein Level 2 Magier. Mega Gangster. Okay, der sieht aber schon irgendwie ein bisschen cool aus. Wir sollten aber Abstand halten. Der dreht sich. Miros! Miros, ist alles safe bei dir? Er ist wounded und isoliert. Master, wir sollten dir helfen. Wir müssen den Demon Destroyer destroyen. Destroy the Demon Destroyer? Achso. Achso, defeat zwei Demon Destroyers. Achso. Alles klar, kriegen wir natürlich hin. It's the next spell to be casted. Ist das hier einfrieren eigentlich? Okay, einen haben wir. Wir nehmen natürlich ein bisschen Geld mit. Teatime! Teatime! Teatime? Was ist denn jetzt los? Wollt ihr gebacken? Okay, unser Hauptangriff ist, äh, Feuerball. Noch? Miro, ich habe gerne geholfen. Alter, geht mal weg. This isn't just a simple skirmish. More will come soon, if we can't stop that thing. Miros, wake up! Is there a way to stop the Centurion? A barrier. The Centurion has a barrier. That protects it from the cannons. It must be destroyed. Alles klar, ich erinnere. Und ich kann mir auch schon fast denken, wie... A barrier? How do we get rid of that? The Demon Mages, they are using their power to create the barrier. Please, find them and kill them. Ah, Miros. Save your strange and stop talking. You're wounded, er... To server... Server... Zu doll. Let's go, Master. We need to defeat the Demon Mages, to get rid of the Centurion barrier. Alles klar. Deswegen machen wir die jetzt nämlich kaputt. Was ist das denn hier? Nein. Okay, schon tot, wa? Schon, schon tot. Hey, den hab ich angegriffen. Na toll. Okay, wir müssen aber alle, äh... Vernichten. Und die 5 zum Igniten? Keine Ahnung. Ignite, buff. Ah, das hat grad echt nicht gezählt für uns. Ein Bogen. Naja, wir nehmen den mit, das kann man verticken. Can we use while moving? Achso, das heißt verbrennen. Okay, okay. Wir setzen die also da in Feuer. Wing attack while casting in crazy casting time being attacked. Okay, also wenn man angegriffen wird. Okay, ich muss mir das mal durchlesen. Hurley a bolt of lightning at the target can be used in movement. Shoot an ice arrow at the target to reduce his movement speed and apply the cold debuff. Und das hier, und das, alles während des laufens machen. Und jetzt müsste er brennen und jetzt wird tot. Okay, okay, okay. Okay, I have... I get it. Speak with Aiden. Okay, Aiden ist da vorne. Das ist der der Blinde. Ist auch ein Geaction hier, du. Die Erde bebt und hier angriff und da angriff. Hey, Aiden, siehst du überhaupt was? Oh, nee, du bist blind. The barrier has shattered. Our cannon should work against the Centurion now. Great job, Astellian. Now we can fight back and take out that giant bastard. We, the blind guardians, we hold this place with the steel fist knights. Please go find Faye and Sela. Hey, look over there. Ich dachte, die halten. Sie sind ja tot. Was ist das Ding jetzt? Kann man jetzt das Ding kaputt schießen? Okay, ist gerade voll die Stille hier. Okay, die Stille ist gerade... Die Stille macht mich aber gerade, was ist das? Ich habe keine Ahnung, ich habe es angeklickt. Achso, 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 ja, das ist jetzt unser Skillbook. Äh, das ist der Skill, den wir jetzt neu bekommen haben und der wird da angezeigt. Achso, achso, achso. Und was sind die Achievements? Kann man damit irgendwas tolles machen? Achso, ich kriege dann Geld. Äh, dann kriegt man Geld. Wenn man die Achievements also macht, kriegt man Geld. Beziehungsweise andere Gegenstände hier, ne? Was auch immer das für Achievements denn sind. Okay. Steige ich mal auf mein treues Geröst. Geröst? Und suchen Return to the Hideout. Ich weiß nicht, wo das... Ich sende die Präsenz des Dämonen. Be careful, Master. Ich bin ein Meister, Alter. Ich habe keine Angst vor irgendwas. Ah, Dämon. Ich bin gerade auf dem Pferd. Lasst mich. Achso, ja, Entschuldigung. Ich muss mich angewöhnen, so zu klicken. Sie macht das schon. Muss ich hier überhaupt lang? Muss ich hier lang? Okay, ich kriege keinerlei EXP. Also muss ich hier auch nicht lang? Wo muss ich denn hin? Guardian Hideout. Okay, doch. Wir müssen da lang, oder? Ja. Okay. Wir müssen hier lang. Dann kriegen wir keine EXP. Bitter, bitter, bitter. Wir bleiben auf dem Weg hier, aber. Hä? Aha. Nee, du machst das schon. Kriege ich ja eh keine EXP. Looking for Player. Ach ja, looking for Player. Level 40 Dungeon. Hier. Ah, hier. Faye. Faye und Sela. Demon Skelland Soldier. Hallo. Defizit Demon Sumuma. Sumuma. Das wäre schön, wenn es auf der Map angezeigt wird. Wir sollen den dämonischen Beschwörer vernichten. Aber ich sehe überall nur Skeletons. Kommt doch raus, wenn wir hier alle töten. Neue Freunde sein. Okay, wir können da gar nichts machen. Wir sind schon längst Freunde. Was ist denn das da vorne überhaupt? Ist das da vorne der Sumuna? Sumuna? Äh, Sumuna. Ach ja, Mann. So, das macht langsamer. Das macht einfach nur Feuer halt. Yeah. Kriege ich dann ein Wische. Micros Earrings. Ich klicke es mal an. Ähä. Was die Leute schon so, ne? Was die Leute schon so alles sind. Ja, aber gut. Level 40 sind sie ja hier schon. Und was weiß ich. Wir sind mal gerade Level 4. Climb to the hideout and survive the situation. Surviven wir mal die Situation. Nettes Lächeln. Wieder raufkrabbeln. Wir brauchen nur zwei Hände. Was ist denn Teufel? Ey, wie cool die Idee. Sie sehen total cool aus, die Gegner hier irgendwie. Ich will lieber zu den Gegnern gehören. Ich will zu den Bösen gehören, nicht zu den Guten. Hey. Dann war's einer von deinen Leuten. Oh, oh. Ich weiß, ich verstehe dich nicht so laut hier. Ich will. Mit so wenig Kraft, sie versuchen, Sie werden zu ändern. Sie sind ein Norden-Servant. Ich bin verreicht. Ich werde nicht der Kindsicht schörtern. Was? Ich habe leider kein Wort verstanden, weil ein Leseruntertitel fehlte. Er nimmt auf jeden Fall das Kind mit und er wird dem Kind aber nicht wehtun. Mehr habe ich nicht verstanden. Das war das Spiel. Wir haben es durchgespielt. Klickt unsere Fragezeichen-Icon. Kann man jetzt schon Level 40 sein, ey? Muss er den ganzen Tag dann nur vorsitzen und das spielen? Naja, das sind die Hardcore-Gamer, ne? Ich meine, die Beta existiert, heute ist der dritte Tag. Das sind die Hardcore-Gamer, die dann, ja, das ununterbrochen spielen. Weißt du, die spielen das jetzt so weit durch und holen sich nachher nicht das richtige Spiel, aber haben dann halt mit Beta das. Haha, die schlingeln. 38%, boah. Die Ladebildschirme sind noch alle ein bisschen lang. Aber gut, der baut immer eine riesige Welt auf, ne? Dann muss das Laden natürlich immer ein bisschen länger dauern. Es muss sein. Es muss sein. Früher war ich aber mal geschickter mit meinen Fingern, äh. Was die Tasten drücken angeht, was World of Warcraft so angeht. Oh, ich hoffe, hier kann man sich auch Makros machen. So, das habe ich mir irgendwann mal angewöhnt bei World of Warcraft nur noch mit Makros zu arbeiten. So eine Skill-Variante hintereinander und immer hintereinander und, ja. Hier muss ich immer noch ein bisschen, hier muss ich ehrlich gesagt immer ein bisschen gucken. Ich hätte das Ding auch lieber da. Ich brauche mich sowieso nicht heilen, ganz ehrlich. Unbesiegbar. Haben wir eigentlich Charakter? Charakter? Das sind wir. Ah, ich wollte gerade mal gucken. Haben wir eigentlich hier so ne Punkte? Wir haben so ne Punkte. Okay, wir haben Willenskraft. This stat we- Achso, äh. Knowledge represent Magical Crit, Magical Accuracy, Attacke. Stärke, Physikalische Accuracy und Ausweichrate, Physical Crit und Energie und Leben. Und Armour? Select another to use for Enchantment. Was? Select the Atra Crystal? Ja, das ist cool. Was ist denn der Atra Crystal? Incident Fragment? Na, nein. Steigen unsere... Basic... Basic Werte? Mal selbst gucken. Charakter Evolution. Charakter Enchantment. Can few available... Wizard. Sorcer. Witch. Achso, hier können wir dann sehen, was wir... Wie wir uns entwickeln können. Oh Gott, da will ich noch gar nicht reingucken. Nee, komm, da gucken... Da gucken wir dann rein, wenn es soweit ist. Ich weiß aber noch nicht, wie wir soweit kommen. Im Moment haben wir ja irgendwelche Dinge. Ich muss ja selbst erstmal alles hier gucken. Ne, also... Basic... This value shows the final status with all the effects from buff and items combined. Achso. Achso, ja. Wir haben ja leider nichts, was irgendwie uns stärker macht. Das hier ist ja nichts. Das ist ja nur Standard-Zimsel. Kann ich... Aber ich kann aber auch nichts irgendwie erhöhen. Skills habe ich auch. Passive Skills haben wir nicht. Action. Achso. Return. Attack. Achso, das heißt zurück. Hier gibt es noch jede Menge Skills, die wir lernen können. Was haben wir sonst noch? Astral Card. Achso, das sind unsere. Ja, ja, ja. Mal sehen, wo wir die überhaupt herbekommen. Quest. Enchievement. Expert Skill. Achso. Hatten wir, glaube ich, schon mal. Oh, unser... Unser Rota ist eingepennt. Adventure. Colosseum. Dungeon. Avalon. Dual Arena. Hier. Achso. Solo Dungeons. Ab Level 15. Farming. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Party Matching. Party. Gilde. Join Request. Wie können wir Gilden machen? Ich weiß noch nicht, wie wir uns Gilden machen. Es gibt schon ein paar Gilden, aber... Ja. Wir machen uns, wenn denn ja sowieso eine eigene Gilde. Und dann können jeder da rein, der rein will. So. Speak with Sella. Das sieht hier aber... Es sieht schon... Gut, es gibt kein First Person, aber es sieht schon... Sieht schon cool aus irgendwie. Auch wenn es ein bisschen flimmert da im Hintergrund, aber egal. Es ist... Zeit, jetzt zu gehen. Es sind vier Monate. Sind Sie bereit, zu gehen? Wir senden ein Astellian auf zur Krieg. Die Sachen sehen ein bisschen zu ruhig aus. Die Sachen sehen ein bisschen zu ruhig aus. Aha. Und wir... Eurya. Our... Adversi... Oh, das gehört zu viele schwierige Wörter. Es gehört zu viele schwierige Wörter. Es ist nur eine Sache, die du tun kannst, um sich zu verbessern. Find Astells und use their power. Für was es ist, Faye wird alles gut sein. Astellians sind wichtig. Alles klar. Ich weiß, was wir zu tun haben. Was soll dieses Help eigentlich? Die Wörter der Glück hat angefangen. Die Wörter der Schlag auf Selodius war nur das beginnend. Jurya. Der Centurion. Und es gibt viel mehr. Wir müssen uns stärker werden. Wir schützen Faye. Und wir nehmen unsere Schuhe. Die Kraft der Astellian ist das der Sternen. Die Sternen nicht aussehen. Sie zusammenbauen und reflektieren sich die Licht. Lass uns gehen, Master. Es gibt viele Astellas, die dir ihre Hilfe geben. Ich hoffe mal. Aber... Wo finden wir die?